Unser Erfolg war der GOND, die Bildererfolgespänner von mir, wo wir sehr erfolgreich aufgetreten sind. Unser Reggaefest war sehr erfolgreich, obwohl wir es verlegen mussten. Ja, super, ne? Und dann wollte ich mal wissen, wie unser Finanzen ausschauen. Und jetzt wollte ich die Cuts filmen. Ich hab's den Juni, also den Herrn, mitgeteilt. Der reicht mir schon. Der hat 10. Sona Masse. Ich steh mir nicht zu eng auf. Wir hoffen, dass es mit dem Fein rauskommt. Wir haben gute, ja, 290 Millionen plus. Und was ist für uns die KW-Aktie? Wann haben wir die verkauft? Sie sind nicht in den roten Zahlen. Im Ruhfein zu halten. Aber jedenfalls sind sie weg. Ich geb's nur nass. Gut, die 290 Millionen weg jetzt. Nein, 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 nein. Was? Nein, 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 nein. Erst so lange wir noch 290 Millionen auf dem Kunde haben. Ja, das ist ja alles gut. Lauter nacheinkaufen, oder? Ja, dann wollte ich auch meinen Dank an Modo Schaden richten, der, wo da dahinter ist. Das bin wohl ich. Ja, dahinter dir. Ja gut, dann Punkt 2. Auf dein Hörgerät? Der ist so voll. Weihnachten? Wo? Wo? Gute Frage. Das ist eine rhetorische Frage. Ich bin also als Stichpunkt da. Ja, wo machen wir jetzt in Bamberg? Bamberg? Ja. Bamberg? Ja. Treffergeber. Bamberg. Wie immer, oder? Also, Amberg, okay. Amberg. Amberg. Amberg, jawoll. Amberg, jawoll. Amberg. 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 Schriftführer. Da ist Silvester. Silvester machen wir. Silvester machen wir. Wer, was und wieso ist der da? Das steht alles im Internet in der Vorstellung. Silvester. Also, was ist Silvester? Suft. Dummsuft. Okay, wer hat ihn gelernt? Wieso? Weil Silvester ist. Die Vorweihung für die Lahn. Und dann kommt wieder Wer. Ja. Ich bin auf jeden Fall gekommen bist du. Das war's jetzt schon. Das ist immer wichtig beim Thomas, glaube ich. Ja, es soll letztlich jeder im Internet eintragen für die Silvester-Expo, würde ich mal sagen, wer traurig gemacht hat und nicht verplanen können. Aktion. 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 Unser neues Projekt ist geplant wurde. Aktion. Du kannst aber noch die Runden schwenken. Habe ich doch die ganze Zeit schon. Ja. Ich bin die Runden? Du bist Runden, ja. Du bist Runden. Du bist Runden. Dann gibt man Foto weiter und tut immer den Gegenüber fotografieren. Also Filmer. Lose draufdrücken. Die ist der Runde. Der Runde ist eine Runde. Das war's Runde. Lose draufdrücken. So wer ist. Wow. Ja, grüß. Du bist Runde. Ich bin die Runde. Wenn wir weiterfilmen machen. Hallo. Wenn auch kommt die L.A.M. Dann wieder B.R. Jetzt geht das Runde. Du bist du rausdrücken. Was? Wieso? Nein, das ist so schön klar. Wer? Der Hopf? Der Serge muss dann gegen die Übe. Ja gut, dann müssten wir vielleicht wieder Hopf kaufen. Hopf, da. Ja, das ist wieder drauf. Oh! Das ist gut, da sind wir jetzt auf. Vielen Dank. Ja, das ist gut, dann müssen wir aufpassen. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich bin doch der Grün, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Sau, wehe, machen. Was? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Gut, dann wollen wir mal was wichtig an sprechen. Die Vorfeier. Die Vorfeier ist wichtig. Ohne Vorfeier haben wir keine Feier. Ohne Feier haben wir keine Nachfeier, haben wir auch keine Lager. Also die Vorfeier ist wichtig. Werden wir aber da nicht zu? Ja, nein. Applaus. Da jetzt jeder applaudiert hat, jeder zuckert. Das ist sichtvoll. Okay, ich klemm dich jetzt, ich klemm das jetzt vor meinen Kopf. Und dann steht Nachfeier da. Na ja gut, und dann ist das Neue, ja. Tom Cut? Warte, ich will das auch noch aufnehmen. Ich hab das auch schon geschrieben. Und der Text ist wichtig. Warte, ich will das auch noch aufnehmen.